Eingeworfene Fenster und Glastüren, Graffiti an den Hauswänden. Bislang unbekannte Täter haben von Donnerstag auf Freitag an zwei Reutlinger Schulen einen Sachschaden von mindestens 30.000 Euro angerichtet. Betroffen sind die Minnerspecht-Gemeinschaftsschule in der Karl-Diem-Straße und die Schiller-Schule in der Estlinger-Straße. Die Stadt Reutlingen und die privaten Partner der Initiative gegen Sachbeschädigungen haben nun für die Benennung des Täters oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der Tat sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.